Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt holen sich die Offiziere. Ich hab kein gutes Gefühl. Die Sowjets haben die Genfer Konvention nicht unterzeichnet. Unser Sohn lebt. Er ist in Gefangenschaft, aber er lebt. Es folgen nun die Namen weiter Opfer. Du redest so, als würde er nie wieder zurückkommen, Mutter. Sein Name steht nicht auf der Liste, das heißt also, er lebt noch. Die Rote Awe der Sowjetunion ist euer einziger Freund. Unterschreiben Sie, dass das Massaker von Katyn ein deutsches Verbrechen ist? Nein. Herr Major, nicht doch. Die Sowjets müssen lügen, um dieses Verbrechen zu vertuschen, aber warum lügen Sie? Obwohl Sie es besser wissen. Wir müssen die Beweise verstecken, sonst werden wir verhaftet. Die nehmen uns mit, so oder so. Ich soll Katyn verleugnen, um das Abitur machen zu können? Ich rate Ihnen, vernünftig zu sein. Das ist alles. Glaub mir, du kannst Menschen zum Schweigen bringen. Die Kummer Die Kummer Die Kummer